Alle Welt spricht von mir. Alle wollen was von mir. Mich kennenlernen. Mich erleben. Du kennst mich auch nicht? Eigentlich müsstest du mich erkennen. So oft wie du an mich denkst. Immer wenn du eine richtig wichtige Entscheidung triffst, wenn du dich auf den Weg machst, wenn du einfach so vor dich hinträumst, wenn du etwas Neues beginnst, wenn du dein Glück versuchst oder dir etwas von ganzem Herzen wünschst. Was wird kommen? Wie denken Menschen morgen? Wie fühlen sie? Was brauchen sie? Und wie viel davon? Was sagen sie über dein Unternehmen? Dein Produkt? Deine Idee? Stell dir vor, du wüsstest über Zukunft einfach besser Bescheid. Stell dir vor, du könntest dieses Wissen einsetzen. Bei all deinen Entscheidungen. Bei allem, was du planst und was du besser machen willst. Bei allem, was du noch so vorhast. Ich bin da. Wie ein guter Freund. Zukunft. Dein neuer Freund. Einfach mal kennenlernen.